Warum hast du das Fest verlassen, Priscilla? Weil ich diese sinnlosen und grausamen Schauspiele verabscheue. Mir tun die armen Menschen leid, die man gewaltsam aus ihrer Heimat verschleppt hat, damit sie hier in Rom meinen Vater und seine Freunde unterhalten. Ich mag sowas nicht sehen. Ich mag sowas nicht sehen.